Zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielzeiten stehen die Roten Bullen in den Endspielen. Im Schnelldurchgang ist der EHC Red Bull München durchs Halbfinale gefegt. Nach drei Siegen hintereinander gegen die Grizzlies Wolfsburg ist die Serie beendet. Zum Abschluss gab es einen 2-0-Sieg. Ich glaube, jeder in unserem Team hat heute das Beste gegeben. Wir sind sehr gelassen geblieben. Dass wir dann zwei Tore schießen, ist großartig. Die Münchner sind der erste Klub, der das Finale erreicht. Es ist das Ergebnis einer Leistungssteigerung. Nach einer Schwächephase im Dezember schlossen die Münchner die Hauptrunde als zweitbestes Team ab. Zuerst möchte ich allen unseren Spielern gratulieren, dass sie es bis hierher geschafft haben. Es ist noch ein letzter Schritt, um die Meisterschaft zu gewinnen. Und das verdient einfach einen riesigen Applaus. Großen Dank an alle, dass wir es nach einer harten Anfangszeit so weit geschafft haben. Das ist eine Riesenleistung. Und ich bin einfach nur stolz auf unsere Jungs. Der Finalgegner des EHC Red Bull München wird noch in der zweiten Halbfinalserie ermittelt. Dort steht es zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim nach drei Spielen 2 zu 1. Auch die Endspielserie wird dann im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Ich denke, das Team braucht in den nächsten ein oder zwei Tagen ein bisschen Pause. Wir werden sehen, wie das andere Halbfinale ausgeht. Wir machen uns auf jeden Fall bereit für das nächste Spiel. Sollte Berlin vorzeitig ins Finale einziehen, wäre das erste Spiel um die Deutsche Meisterschaft am Donnerstag. Ansonsten startet die Endspielserie am Samstag. Und dann geht für den EHC Red Bull München die Jagd nach der vierten Meisterschaft weiter. Vielen Dank.